Eins darf kurz vor dem großen Fest nicht fehlen. Die große Let's Dance Weihnachtsshow. Auch diesmal kehrten ehemalige Promi-Teilnehmer mit ihren Profi-Tanzpartnern auf die Bühne zurück, um in festlicher Weihnachtsstimmung eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen. Da die Sendung bereits kurz nach dem Finale von der letzten Staffel aufgezeichnet wurde, war eine prominente Tänzerin besonders gut in Form. Bäcker-Tochter Anna Ermakova, 23, Dancing Star, 2023 sorgte erneut für wahre Jubelstürme in der Jury. Bevor sie aber eine Rekordzahl an Punkten einheimsen konnte, wurde es für Juror Jorge Gosales, 56, und Tänzerin Ekaterina Leonova, 36, holprig und zwischen Moderatorin Rebecca Mir, 31, und Tanzprofi Massimo Sinato, 43. Feurig Jorge stürzt beim Start. Die drei Juroren Motsi Mabuse, 42, Joachim Jambi, 59, und Jorge Gosales ließen es sich natürlich nicht nehmen, beim Eröffnungstanz ihre Tanzkünste zu zeigen. Als Jorge jedoch tanzend und auf High Heels über die Bühne stolziert. Passiertes. Er rutscht aus und landet plötzlich auf dem Boden. Ein alter, Let's Dance. Hase lässt sich davon natürlich nicht aus der Ruhe bringen. Galant baut Jorge seinen Sturz in die Show ein, und tanzt schon wenige Sekunden später professionell wie eh und je weiter. Auch Ekaterina, Ekat, Leonova hat es nicht leicht. Als sie mit Comedian und Schauspieler Ingolf Lück, 65, zu Sleigh Ride, über die Bühne wirbelt, ist der Riemen ihres Schuhs offen. Tapfer bewältigt sie ihre Aufgabe jedoch trotzdem und tanzt sogar halb barfuß weiter. Moderator Daniel Hartwig, 45, erkundigt sich anschließend besorgt. Ekat, was ist passiert? Die reagiert entspannt. Der Schuh war offen einfach die ganze Zeit. Ist nicht schlimm, zwischen Rebecca und Massimo wird es heiß. Mit ihnen kam nicht nur Weihnachtsstimmung, sondern auch erotisches Knistern auf die Bühne. Das Ehepaar Rebecca Mir und Massimo Sinato sorgte vor allem bei. A Christmas Tango, with Santa, für eine extra heiße Performance. Ein Wunder ist das nicht. 2012 lernten sich die beiden bei Let's Dance kennen und lieben. Für Massimo war der damalige Tango der Beginn ihrer Liebe. Beim Tango sind die Funken und Fetzen geflogen. Es gibt so eine Anziehungskraft zwischen zwei Menschen, gegen die man sich nicht wehren kann. Mozzi erkennt diese Anziehungskraft auch nach elf Jahren noch. Sie ist vom feurigen Tango der beiden begeistert. Superscharf. Jambi ist die sexuelle Spannung ebenfalls nicht entgangen. Es war eine schöne, Erotische Atmosphäre, die zu einem Tango gehört. Jorge kann sich unterdessen ein Grinsen nicht verkneifen. Hier hat eure Love Story angefangen. Massimo, du alter Fuchs. Für den Tango gibt es 28 Punkte. Das kann Anna Ermakova aber problemlos toppen. Anna Ermakova holt sich den zweiten Titel. Dass sie, Dancing Star, 2023 wurde, wunderte niemanden. Anna Ermakova wirbelte über die Tanzfläche wie ein Profi und sorgte sogar bei knallhart Juror Joachim Jambi für leidenschaftliche Schwärmereien. Das ist auch in der Weihnachtsshow nicht anders. Nach einer Rumba zu, Santa Baby, mit Valentin Lusin, 36, zählt Jambi alles auf, was Anna perfekt präsentiert hat und bereut es bitter, dass die Jury nicht mehr als insgesamt 30 Punkte vergeben darf. 30 Punkte, da müssten sie uns ausbohlen. Das müssten eigentlich 90 sein, also 30 von jedem von uns. Hochi jubelt. Heute hast du mit einer Sinnlichkeit getanzt. Mit einer Wärme, einer Sexiness, einer Intelligenz. Den nächsten Ritterschlag gibt es von Mozi nach einem Quickstep zu. Merry Christmas, Everyone. Sie möchte Anna am liebsten auf die größten Bühnen der Welt schicken. Das ist wie Broadway. Zweimal 30 Punkte heimst Anna ein und kann sich auch auf den Segen des Publikums verlassen. Die TV-Zuschauer rufen fleißig an und sichern ihr so den Titel als Christmas Dancing Star. Damit darf Anna Ermakova 10.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation spenden und entscheidet sich für Untertitel sei. Ben.